Willkommen zurück beim G10-Gipfel hier bei Let's Splinter und Civilization 6 mit unseren Amerikanern. In dieser Folge werde ich mich der Thematik widmen, wie viele Städte braucht es eigentlich für einen Kultursieg. Und ich glaube, dass wir zwei weitere Städte benötigen. Einmal hier oben und einmal dort unten, der Pen, den ich gesetzt habe, aus zwei Gründen. Erstens bekomme ich, das habe ich mal hier aus Klabüstat, einigermaßen gute bis geniale Campus, Theaterplatz und Handelszentren hin. Darüber hinaus hier noch einen guten heilige Städtenbezirk. Aber viel wichtiger ist, dass hier 1, 2, 3, 4 Leilinien sind, die noch nicht erschlossen wurden. Und wir gucken uns das mal an bei den Gouverneuren. Im nächsten Zeitalter bekommen wir durch die Geheimgesellschaft des Hermetischen Ordens die Fähigkeit Magus hinzu. Im Industriezeitalter freigeschaltet. Leilinien erhalten pro verdienter großer Persönlichkeit einen Ertrag gemäß dem Bezirktyp der großen Persönlichkeit. Das bedeutet, dass die Leilinien auch entsprechende Boni abwerfen werden. Und nicht nur wie hier mal zwei Nahrungen, mal eine Nahrung, eine Produktion. Sondern es viel, viel wesentlicher für uns sein werden. Und das müssen wir de facto nutzen. Und das werden wir hier auch entsprechend durch die beiden zu gründenden Städte. Weshalb ich den Nationalismus hier nochmal ein bisschen hinten anstelle. Und in der nächsten Runde durch die Reformkirche mir schon wieder einen Wechsel bei der Regierung erlauben möchte. Um die Politik zu ändern und dann die Siedlerkarte 50% schnellere Produktion ausspielen zu können. Wir könnten hier in New York schon darauf gehen. Dann sind wir sehr, sehr nah, was die Gründung entsprechend anbelangt. Und insofern gehe ich hier auf den Siedler. Und dann in der nächsten Runde in Washington werden wir ebenfalls einen Siedler produzieren. Und der ist dann in 13 Runden da. Und das geht dann natürlich noch ein bisschen schneller durch die Karte. Der Ritter hier versucht dieses Lager weiterhin auszunehmen. Und wir gucken uns das Ganze hier mal an. Und verschanzen uns an der Stelle. Und hoffen auf, ich sag mal, besseres Wetter. Der Handwerker hier. Wow, was sehe ich da? Hier ist ein Siedler von England. Ah, das ist nicht gut. Wir stehen hier mit unserem Bogenschützen. Aber er kann natürlich... Wo will er denn hin? Oh, er könnte auf diesen beiden Feldern siedeln. Hier kommt er nicht hin. Ah, er kommt aber hier zum Quecksilber. Und von da aus könnte er da hoch. Dann würde ich hier blockieren. Und wenn er da steht, kann er zurück auf dieses Feld und dort in der gleichen Runde siedeln. Oha. Wir gehen mit dem Handwerker mal in die Richtung und blockieren eventuell die Route. Ich hoffe, dass die Nummer aufgeht. Das darf auf keinen Fall passieren. Das werden wir uns auch noch genauer angucken. Und werden nun hier unten ein Sägewerk errichten in dem Wald. Ich habe mir übrigens auch noch angeguckt, was mit dem Marmor los ist. Das hatte ich zwischen den Folgen gesehen. Hinsichtlich Monopole und Kooperation. Wir haben beim Marmor die Kontrolle über 4 von 7. Wenn wir uns das mal anschauen. Die Marmorvorkommen sind hier 2 Stück. Hier haben wir schon entsprechend angeschlossen. Dann haben wir hier unten eines. Das ist südöstlich von Baltimore und muss noch dazu geholt werden. Das hier haben wir in Washington. Dann gäbe es potenziell hier noch eines. Da müssten wir noch eine Stadt für gründen. Westlich von St. Louis. Und hier oben nördlich von Cincinnati auch noch. Und das vom Stadtstaat haben wir auch schon entsprechend, weil wir dort so zu rennen sind. Das heißt, wir könnten das absolute Monopol auf Marmor halten. Und das ist so ein mittelfristiges Ziel, was ich hier noch irgendwie eingehen werde. Das Problem ist, dass wir das hier nicht erreichen. Da müssen wir tatsächlich eine Stadt für gründen. Können wir natürlich aber machen. Und da müssen wir es nicht anschließen, wenn wir auf diesem Feld gründen. Das sollten wir auch noch beachten. Und insofern da dann entsprechend auch die Augen drauflegen in naher Zukunft. Wir haben einen Handwerker mit fünf Aktionen. Und der könnte tatsächlich hier das Kupfer noch anschließen. Guck mal gerade, ob es... Ah nein, es liegt sowieso... Ja, momentan liegt es mir noch außerhalb der Reichweite von Washington. Und dann ist die Frage, was wir hier mit ihm eigentlich machen in dem Moment. Bin tatsächlich ein bisschen ratlos. Ah, hier oben wollten wir die Partei errichten. Plus fünf Kultur wird mir hier angezeigt. Wir überprüfen das. Die Galerie trifft hier auf Gegner. Das ist gar nicht gut. Und hier auf Land. Das wiederum ist interessant. Wir werden dort weiter erkunden im Süden. Und vor den barbarischen Schiffen flüchten. Zumal Boston ansonsten Probleme bekommen könnte. Und gehen dann in die nächste Runde. Ich möchte mich, was Himmel und Hölle betrifft, nicht festlegen. Habe ich doch da wie dort gute Freunde. Wir könnten simultanum die Wirtschaftspolitikkarte einsetzen. Für mehr Glauben von Heiligestädtebezirken. Bringt uns aber, glaube ich, noch nichts. Bei erst 15 Bevölkerungen oder mehr ist die maßgeblich. Die Basilius-Kathedrale ist interessant. 100% Religionstourismus von der Stadt. Können wir zu gegebener Zeit eventuell noch nutzen. Gucken uns hier mal die Wirtschaftskarte an, die dazu gekommen ist. Oh, gäbe plus 13 an Glauben. Aber die Schrift ist hier maßgeblicher. Und sorgt natürlich für die 100% Nachbarschaftsbonus. Das ist dann doch viel, viel wichtiger. Was wir jetzt aber auf jeden Fall tun werden, ist die Kolonisierung einzusetzen. Und die Frage ist, auf was verzichten wir am ehesten. Und dann dürfte die Kultur momentan nicht ganz so maßgeblich sein. Zumindest mal für einen kurzen Moment. Wechseln das aus. Einheitenverbesserungen können und müssen wir jetzt gerade nicht vornehmen. Das hatten wir, soweit ich mich entsinne, das letzte Mal auch getan. Könnten uns ein bisschen Gold dazu nehmen. Annehmlichkeiten für Städte mit Garnisionseinheit. Das ist natürlich noch ein Thema bei so knappen Annehmlichkeiten. Was übrigens auch dafür sorgt, dass die weiteren Städte echt schwierig sind. Wir haben ja kaum Annehmlichkeiten. Da müssen wir mit Karten nachhelfen. Lassen aber die Berufsarmee mal noch drin. Ich habe noch keine Einheiten hier entsprechend in unseren Stadtzentren platziert. So, damit ist der Siedler hier in neun oder beide in neun Runden da. Gehen jetzt dann auf den Nationalismus. Und erkunden hier ein bisschen mit unserem Reiter, der sich tatsächlich retten möchte. So und wo? Ah, sehr gut. Hier ist der Siedler wieder abgehauen. Das Problem ist, dass ich den Handwerker jetzt natürlich hier nicht die ganze Zeit entsprechend vor Ort halten kann. Wir gehen jetzt aber hier mal ins Wasser, um die Fischerboote anzuschließen. In New York ist der Handwerker mit fünf Aktionen. Ja, und da ist die Frage, gehen wir jetzt hier runter nach Baltimore und schließen dieses Feld an? Das machen wir an der Stelle mal. So, der Archäologe ist da und begibt sich auf die Reise, um Dinge zu entdecken für uns. Annehmlichkeiten benötigt, ist bekannt. Leider Gottes. Können noch ein bisschen offene Grenzen hier handeln. Macht aber fast gar keinen Sinn bei England. Bekommen wir das Salpeter einigermaßen teuer weg? Oh ja. Aber natürlich nur bei unserer direkten Nachbarin Eleonora von Aquitanien. Das ist nicht so gut. Das Eisen gibt fast gar nichts. Oh, wobei 68 bei Rom. Allerdings auch bei zehn schon. Dann machen wir das mal sehr gerne. Die Pferde selbst bekommen wir nicht weg. Insofern ist das hier in Ordnung vom Handel. So, wir vermeiden natürlich weitere Zeitalterpunkte. Das hatten wir gesagt. Noch sechs Runden bis zum Zeitalterwechsel. Hier ist der Handwerker schon angekommen. Da bin ich jetzt gleich sehr gespannt. So, es gibt tatsächlich plus fünf Kultur. Dann nehmen wir hier den Pin mal raus und schauen uns das an. Wow. Natürlich jetzt ein sensationelles Feld hier. In einer Runde ist der Leuchtturm in St. Louis fertig. Gibt dann plus zwei Wohnraum. Und das ist wirklich gut. Wir sind hier maxed out. Wie es so schön heißt. Wir erkunden hier weiter. Die Frage ist, können wir wieder ein bisschen... Ah, nee. Wir können nur Eisen handeln mit den Personen, mit denen wir es nicht wollen. Könnten noch ein bisschen Salpeter an Menelik raushauen. Aber mehr wie 30 will er nicht. Und dann gäbe es wieder nur die Option, mit Eleonore von Aquitanien zu handeln. Gucken wir uns das nochmal bei 20 an. Da gibt er uns sechs Gold für 30 Runden. Das machen wir auf jeden Fall. So, und dann hier das Sägewerk. Das hatten wir gesagt. In Charleston. Könnten auch die Produktion ernten. Und hätten die Werkstatt dann fertig. Na, da ich hier aber nichts... Naja, hier will ich dauerhaft die Produktion haben. Das geht noch mal. Sonst ist da nämlich nichts mehr weiter geplant. Kunden hier an der Küste entlang. Übrigens eine Rieseneinheit hier von Äthiopien. Ein Krieger unterwegs auf dem Wasser. Die Frage ist, was macht der Handwerker hier jetzt? Ah, hier oben sind Fischerboote, die noch angeschlossen werden können. Sehr gut. Und damit hätten wir nun das erste Artefakt, was ausgegraben werden kann. Dafür bekommen wir das Fischerboote für den Verbrennungsmotor. Gucken wir uns gerade mal an, bevor ich es vergesse. Der Verbrennungsmotor versteckt sich erfolgreich. Ah, nein, hier unten ist er. Die Golden Gate Bridge wird potenziell geboostet. Und die Fortbewegung für die gewasserten Einheiten. So, was haben wir? Entweder von uns selbst ein Artefakt aus dem Industriezeitalter oder von den Barbaren. Wir nehmen es mal von uns selbst. Und finden eine Steinschlosspistole. Die drei Kultur und drei Tourismus liefert. Was wir bedenken sollten, ist die Tatsache, dass hier hinten einige Artefakte im Weg sind für das, was wir hier planen. Das heißt, ich gehe jetzt auch hier rüber. In gut fünf, sechs Runden wird er dann da sein. Dauert also ein bisschen. Aber dann müssen wir hier aufräumen. Wir haben hier unten was zu modernisieren. Hier ist ein Feld. Hier soll der Unterhaltungsbezirk hin. Hier habe ich übrigens noch eine Stadt eingezeichnet. Und hätten wir noch ein Kultur- bzw. ein Theaterplatzbezirk in der Möglichkeit, direkt neben dem Unterhaltungsbezirk. Der Hafen, den haben wir schon mal eingezeichnet, ist sehr gut geeignet bei plus fünf Nachbarschaftsbonus an Gold. Und hier ist ein Riff versteckt. Das heißt, neben diesem Campus würde hier noch ein weiterer Platz finden. Leuchtturm wird fertig. Wie gesagt, wir gucken uns danach auch den Wohnraum an. Wir sehen jetzt hier bei zehn von 13 sogar. Das ist außerordentlich gut. Was die Nahrung anbelangt, sind wir hier bei plus 16. Das heißt, wir brauchen nicht zwingend die Gurtwara für die Nahrung. Aber es gibt noch mal Wohnraum, Bürgerplatz und viel Glauben. Schiffswerft wäre natürlich auch angenehm. Der Hafen hat hier plus drei Nachbarschaftsgold. Und der Produktionsbonus in Höhe des Nachbarschaftsbonus des Hafenbezirkes kommt durch die Schiffswerft. Das heißt, wir kämen hier noch mal ein bisschen höher, was die Produktion anbelangt. Das heißt, das ist durchaus spannend. Wir können noch einen Bezirk setzen, wie ich gerade sehe. Der zehnte Bürger ist da. Aber ich denke, wir gehen hier erst auf die Kultur. Und dann potenziell aufs archäologische Museum. Wir müssten mal gucken, wie viel Platz in denen jeweils ist. Ja, und da es nur drei Stück sind. Und wir nur dieses... Ach nein, wir haben noch ein weiteres. Okay, dann ist genug Platz. Und dann gehen wir aufs Kunstmuseum. Große Persönlichkeit ist da. Das ist natürlich, wie eben schon angedeutet, wirklich wichtig für uns. Den großen Musiker holen wir uns. Und es gibt ein Luxusgut, das wir uns erhandeln können. Das machen wir mal direkt mit ihr. Für 30 Runden und wir müssen nur 7 Gold zahlen. Ja, dann bitteschön. Endlich mal jemand, der mit Luxusgütern handelt. Die Gewürze sollten wir hoffentlich auch noch nicht gehabt haben. Wir schauen uns das hier mal an. Naja, wir holen die nur durch die diplomatischen Vereinbarungen. Und das sorgt in unseren Städten zumindest ein wenig öfter schon mal für Zufriedenheit. Und keine Einbußen, was die Erträge und weiteres anbelangt. Handelskab-Kapazität wurde erhöht. Stadt benötigt Nahrung. Das ist ein wahrhaftiges Problem in Charleston. Stadt wächst also gerade nicht. Frage ist, ob wir hier auf die Nahrung gehen können. Dann wächst die in 26 Runden. Das ist auch noch ziemlich viel. Ändert aber nichts an der Produktion. Und damit bin ich dann einverstanden. Und wir werden hier das Dreieck aufmachen. Das heißt, da muss die Alte Tumstätte und das Artefakt ausgegraben werden. Damit wir hier ein Bauernhof-Dreieck errichten können. Vulkan hier im Süden wird aktiv. Das betrifft uns nicht direkt. Der Händler in Detroit ist abgeschlossen. Das ist tatsächlich die Frage, will ich von Detroit was machen? Oder mal von Boston? Die Stadt... Boah. Also es tut tatsächlich weh. Das ist... Da ist gar nichts. Detroit selbst könnte allerdings auch... Wir gucken uns das mal an. An Nahrung noch hinzugewinnen. Da sind die Heimischen am allerbesten geeignet. Die Frage ist tatsächlich, wo wir hier bei den Nachbarn was noch reinholen können. Könnten natürlich Handel mit Chandragupta treiben. Bekämen Nahrung, Produktion, viel Gold. Die Frage ist es, ob es das wert ist. Aber vielleicht verbessert das mal so langsam die Beziehungen. Denn die sind mir da tatsächlich echt ein Dorn im Auge, die Inder. Wir werden das machen und ich hoffe, dass das ihn ein wenig besänftigt. Sind in Detroit... Ah, hier ist der Handwerker. Für die Modernisierung. Dann können wir hier einen Bauernhof errichten als nächstes. Ja, und dann stellt sich tatsächlich die Frage, worauf gehen wir als nächstes? Bibliothek, Leuchtturm. Ansonsten macht hier wenig Sinn. Könnten die Hilfeleistung machen. Da sieht es übrigens nach wie vor relativ gut aus. Wir haben nämlich keinen Krieg mit Chandragupta. Gott sei Dank. Ich hoffe, er klärt auch keinen uns gegenüber. Und wir haben genug Gold und können die Bibliothek hier kaufen. Und gehen dann... Hier war der Nachbarschaftsbonus bei plus zwei. Das heißt, die alchemistische Gesellschaft kann noch ein bisschen warten. Wir nehmen eher den Leuchtturm hinzu. Der Handwerker hier kann das Salpeter anschließen. Das hatte ich hier markiert. Der Musiker... Boah, hat der Musiker schon Platz? Oder muss er warten? Man muss tatsächlich warten. Dann stellen wir ihn also hier auf. Und lassen ihn auskommen. Und entdecken hier Axum von Äthiopien. Und entdecken hier einen barbarischen Speer. Den wir ausnehmen könnten. Da müssen wir aber aufpassen, wie wir da an Land kommen. Und wir müssten uns eventuell auch noch ein bisschen genauer umsehen. So, was haben wir? Wir sind vier Runden vom Zeitalterwechsel entfernt. Und sieben Runden von den Siedlern. Die einzigartige Kultur, die euer Volk entwickelt, ist sehr beachtlich. Ich danke Trajan hier von Rom für dieses Kompliment. Big Ben ist abgeschlossen. Oh, durch Chandragupta. Wir haben die erste Stadt ohne Energie. Und das ist San Francisco. Das wird sich dann hoffentlich ändern. Hier ist das Industriegebiet fertig. Ich könnte mir vorstellen... Das kommt ja von Charleston, dass das gerade passiert ist. Ja, die Werkstatt ist hier entsprechend fertig gebaut worden. Da werden wir über kurz oder lang auf Energie pochen müssen. Können die aber noch nicht liefern. Denn wir sehen es hier. Die Fabrik kommt jetzt in drei Runden. Ah, sehr gut. Das heißt, wir sollten eventuell schauen. Den Kornspeicher für Wachstum können wir uns hier holen. Gibt Nahrung und Wohnraum. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, die Stadt wächst auch in zehn Runden, wenn wir auf Nahrung gehen, überwiegend. Wir sollten jetzt etwas Kurzes anproduzieren. Wahrscheinlich die Wassermühle hier fünf Runden und dann entsprechend mit der Fabrik weitermachen. Das ist sicherlich am geeignetsten. In Washington sind Wohnraumprobleme vorhanden. Na, Prostmahlzeit. Sehe ich auch momentan keine Abhilfemöglichkeit. Wir werden irgendwann sicherlich ein Wohngebiet errichten. Das dauert aber noch ein bisschen. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Börse in San Francisco ist durch. Wir können natürlich einen weiteren Bezirk setzen. Und dann dürfte es auf den Campus hinauslaufen. Wir hatten hier schon das Kunstmuseum und das Amphitheater im Handelszentrum. Jetzt muss ich mal gucken, wo das sich hier versteckt. Hier müsste es sein. Dann haben wir schon Markt, Bank und Börse. Und insofern nehmen wir den Campus. Hier, wie gesagt, erst mal ein wenig mehr auf dem Kontinent, den wir hier entdecken. In Detroit können wir für 230, das ist eine Runde Gold, noch ein extrem produktionsreiches Feld hinzunehmen. Das werde ich auch tun. Wir entdecken hier immer mehr im Westen und sind gefühlt längst bei einer Weltumrundung. Die Zeit der Punkte wollen wir aber natürlich noch nicht, zumindest nicht für die nächsten drei Runden. Wir haben hier die Möglichkeit, Fächerboote anzuschließen. Das sind jetzt natürlich wahnsinnig gute Felder hier. Oh, wir verlieren den Suzeren-Status in Maskat. Nationalismus erzeugt Nationen und nicht andersherum. Nationalismus tut für uns letzten Endes fast nichts. Wir können einen weiteren Spion ausbilden. So, und hier haben wir jetzt Probleme. Und werden diesen Handwerker gerade mal gucken, kann er das in einer Runde reparieren? Ne, Fortbewegungskosten liegen bei plus zwei. Das heißt, wir müssen erst zurück und machen das auch, um hier das Eisen nicht mehr wieder anzuschließen. Ansonsten ist, glaube ich, hier irgendwie ein Feld beschädigt worden. Annehmlichkeiten sind jetzt ein Riesenproblem, weil wir den Suzeren-Status in Maskat verloren haben. Ah, Menelik hat hier seine Aktien im Spiel, aber wir können ihn uns zurückerobern. Das ist gut. Wann kriegen wir die nächsten, ja, sieben Einflusspunkte und zwei Gesandte also dann entsprechend in vier Runden. Wir sind überall da, wo wir Stadtstarten kennengelernt haben, Suzeren. Das ist auch ziemlich gut, sollten wir aber auch auf jeden Fall beibehalten. Und ist vor allen Dingen durch das Marmor-Luxusgut hier oben wirklich wichtig für uns. Und haben einiges zu regeln. Ja, und letztendlich stellt sich die Frage, wir werden sicherlich auf die Urbanisierung gehen für die Wohnungsviertel. Können dann zu den Massenmedien, der Broadway und alles andere hier, sind sehr, sehr gute Wunder, die wir bauen könnten. Und produzieren Los Angeles als nächstes. Ah, hier hatten wir gesagt, ja, wir wollten jetzt auf das Gebäude des Regierungsplatzes. Frage ist, was war es nochmal? Der Geheimdienst, den wollten wir nicht. Gewährte Fähigkeit, Landeinheiten mit Glauben zu kaufen. Ist hochinteressant, die Kapelle des Großmeisters. Ausheben des Militärs von Stadtstaaten kostet halb so viel Geld beim Außenministerium. Ich glaube, wir gehen auf die Kapelle des Großmeisters. Was hatte ich in der letzten oder vorletzten Folge gesagt? Ihr könnt es nachsehen. Ich weiß es nicht mehr. Wir nehmen die Kapelle des Großmeisters, um Landeinheiten mit Glauben künftig kaufen zu können. Davon haben wir satt und genug. Wir haben eine Beförderungsstufe hier für unsere Gouverneure. Und die lasse ich mir offen für den Zeitalterwechsel in zwei Runden. So, und wir werden einen Bauernhof in Detroit errichten. Denn die Stadt braucht auch noch ein bisschen mehr Nahrung. Wir werden dann hier das Feld hinzukaufen. Und dort das Dreieck errichten. In der nächsten Runde. Der Handwerker hier kann auch mal etwas errichten. Wir ziehen weiter Richtung Tisten. Und lernen die nächste Zivilisation kennen. Die Deutschen sind tatsächlich mit im Spiel. Insofern eine Ehre, sie kennenzulernen. Nehmen die Gastfreundschaft entgegen. Schauen, wow. Und sehen Frankfurt mit einer Bevölkerung von 19. Ja, er hat hier natürlich auch neun Nahrung. Wahnsinnige Felder. Kein Wunder, dass Frankfurt so groß ist. Die kommen hier nicht durch. Mal gucken, ob wir hier ein Angebot machen können. Oh ja, wir können sofort die Botschaft errichten. Ah, die Freundschaft allerdings lehnt jetzt zu dem Zeitpunkt ab. Ich hoffe da auf Änderungen in der nächsten Runde, sodass wir offene Grenzen bekommen könnten. Wir bekommen einen Zeitalterpunkt, den wir eigentlich nicht wollen. Ja, und haben jetzt hier das Problem, nicht an Land zu können, weil die Einheit hier uns blockiert. Insofern, wir sind wohl kurz davor, die Welt zu umsegeln mit unserem Reiter und unserem Schiff im Westen. Das ist in der nächsten Folge auf jeden Fall ein Thema. Und wir stehen zwei Runden vor dem Zeitalterwechsel. Also wartet eine hoch spannende nächste Folge auf uns. Freue mich also, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet, beim G10-Gipfel. Hier bei Let's Splinter. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.